Felix, mein Schatz, es reicht. Machst du den Computer aus und gehst ins Bett? Aber Mama, Papi Pap release gleich seine neue Single. Ich kann jetzt nicht schlafen gehen. Papi was? Papi Pap, Mama. Papi Pap ist der krasseste, den es gerade überhaupt gibt. Er hat die coolsten Videos, das meiste Geld und die geilsten Weiber. Jetzt hör mal zu, junger Mann. Wenn es hier einen coolen Papi gibt, dann bin das ja wohl allen Anschein nach ich. Aber Papa... Keine Widerrede. Stimmt's, Schatz? Also, du hörst jetzt darauf, was dir deine Mutter sagt und ab ins Bett. Deine Eltern wollen wissen, was ich mach. Pusche Einfamilienhäuser durch die Staaten. 70.000 an meinem Handgelenk ist nichts. Nur damit du nicht vergisst, mit wem du fickst. Siehst du mich glitzern im Sonnenschein? Sag Maschallah. Brad Pitt mit dem Hollywood-Smile, ha-ha-ha. Powernap mit der Pathik am armen Winterschlaf. Und die Milfs sind am warten, als wär ich Kinderarzt. Ah, Lambo in schwarz, smart. Picture me rolling. Flügeltüren auf mein Batman-Film wie Christopher Nolan. Zehn Karat auf'm Kreuz, Kleinwagen am Finger. Passkandale hier, Erfolge da, alles wie immer. Ah, Fashion Nova Man bietet Co-ops an. Crew suchen mit mehr Eis als der Bo-Frost-Mann. Ich hab ein VIP im VIP vom VIP. Trinke Kristall und wünsch mir still die AI. Deine Eltern wollen wissen, was ich mach. Pusche Einfamilienhäuser durch die Staaten. 70.000 an meinem Handgelenk ist nichts. Nur damit du nicht vergisst, mit wem du fickst. Deine Eltern wollen wissen, was ich mach. Deine Eltern wollen wissen, was ich mach. Pusche Einfamilienhäuser durch die Staaten. 70.000 an meinem Handgelenk ist nichts. Nur damit du nicht vergisst, mit wem du fickst. Siehst du mich glitzern im Sonnenschein? Sag Lelele. Brad Pitt mit dem Hollywood-Smile, he-he-he. Schüttel Eis aus dem Ärmel ist kein Zaubertrick. Ob wir ein Foto machen können? Ich glaube nicht. Jordan, Jersey und Babyblau. North Carolina, wo ich herkomm, gibt's nur zwei Optionen. Porsche und Einlau, okay. Roleys beiseite, okay. Yeezys beiseite. Seit ich aufgetaucht bin, ist das hier nicht mehr das Gleiche. An mein altes Label, danke für die Chance. Die rekorden da anscheinend nicht nur Songs. Du hast dich jahrelang gefragt, wo Schindy ist. In der Instagram-Story deiner Bitch. Deine Eltern wollen wissen, was ich mach. Pusche Einfamilienhäuser durch die Stadt. 70.000 an meinem Handgelenk ist nichts. Nur damit du nicht vergisst, mit wem du fickst. Deine Eltern wollen wissen, was ich mach. Pusche Einfamilienhäuser durch die Stadt. 70.000 an meinem Handgelenk ist nichts. Nur damit du nicht vergisst, mit wem du fickst. 70.000 an meinem Handgelenk ist nichts. Endlich hat das Gedudel da oben sein Ende. Aber so geht das nicht weiter. Der Junge muss lernen, wenn sein echter Papi was sagt, dann ist das Gesetz. Und nicht irgend so ein Papi aus dem Internet. Stimmt doch, oder? Mhm. Wer kann das denn sein? Oh, guten Abend, Herr Nachbar. Ich will gar kein Drama veranstalten, aber haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Ist schon kurz nach Mitternacht. Wir können alle drei nicht schlafen. Können Sie die Musik bitte ein bisschen leiser machen? Das ist selbstverständlich. Dankeschön. Ach so, übrigens. Schönes Einfamilienhaus haben Sie da. Vielen Dank, Herr Nachbar.